So, jetzt kommt noch der Sonnengruß. Unser Retreat Sonnengruß. Genau. Stellst du dich hin, nimmst deine Hände an dein Herz, atme einmal tief ein und vollständig aus. Mit dem nächsten Einatmen gehen die Arme nach oben, leichte Rückbeuge, ausatmen, ganzer Weg nach unten, einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, ganze Vorbeuge, einatmen, der Stuhl, ausatmen, einatmen, Vira 1, linker Fuß nach vorne, setzt du dich richtig schön tief ein, ausatmen, zurück, einatmen, Vira 1, zweite Seite, ausatmen, zurück, einatmen, bringst du die Arme nach oben, ausatmen, linke Hand fasst, rechtes Handgelenk und du ziehst dich in die Seite, einatmen, Arme nach oben, ausatmen, rechte Hand fasst, linkes Handgelenk und du ziehst dich in die Seite, einatmen, Arme wieder nach oben, ausatmen, Hände auf dein Herz, einatmen, linke Hand nach hinten, ausatmen, zurück, einatmen, rechte Arm, Herz öffnen und wieder zurück, einatmen, Cobra, ausatmen, verlagerst du das Gewicht auf deinen rechten Fuß, ziehst das linke Knie nach oben, drückst dein Knie zu dir ran, ausatmen, absetzen und verlagert das Gewicht auf den linken Fuß, rechten Bein hoch und absetzen, einatmen, noch mal leichte Rückbeuge, ausatmen, zurück in die Ausgangsposition, hier einen tiefen Atemzug ein und aus, mit dem nächsten einatmen, lang machen, Rückbeuge, ausatmen, ganzer Weg nach unten, Uttanasana, einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, ganze Vorbeuge, einatmen, Udkatasana, ausatmen, Tadasana, einatmen, Vira 1, ausatmen, zurück, einatmen, Vira 1, ausatmen, zurück, einatmen, Uttanasana, ausatmen, Seiteneige, einatmen, nach oben, ausatmen, Seiteneige, einatmen, nach oben, ausatmen, Herz öffnen, einatmen, links, ausatmen, zurück, einatmen, rechts, ausatmen, zurück, einatmen, Kobra, ausatmen, linkes Bein nach oben ziehen, halten, ausatmen, zurück, einatmen, hoch, ausatmen, absetzen, einatmen, Uttanasana, ausatmen, ins Angelimutra, an dein Herz, einmal tief ein, und aus, die dritte und letzte Runde, einatmen, lang machen, Rückbeuge, ausatmen, Uttanasana, einatmen, Arautanasana, ausatmen, Uttanasana, einatmen, Uttanasana, ausatmen, Tadasana, einatmen, Vira 1, ausatmen, zurück, einatmen, zweite Seite, ausatmen, zurück, einatmen, Arme nach oben, Uttanasana, ausatmen, Seiteneige, einatmen, Uttanasana, ausatmen, Seiteneige, einatmen, bring die Arme nach oben, ausatmen, Hände auf dein Herz, einatmen, Herzöffnung, links, ausatmen, zurück, Herzöffnung, rechts, ausatmen, zurück, einatmen, Kobra, ausatmen, linkes Knie nach oben ziehen, ausatmen, abstellen, rechtes Knie nach oben, ausatmen, abstellen, letzte Rückbeuge, und dann bringst du Uttanasana, Hände wieder zurück ins Angele Mudra für Tadasana. Das war dreimal der Sonnengruß von unserem Retreat. Viel Spaß damit!